1, 2, 1, 2, 1 Männer, kommt mal zusammen, bitte. Tobi! Ich hab da einen kleinen Test für euch. Wir haben einen kleinen Test für euch. Also, wir haben einen Test vorbereitet für euch. Die Frage... Wer ist zum allerersten Mal bei einer Fußball-Europameisterschaft dabei? Ich! Ich? Ich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020